Aber, Moment, was ist denn das in der Bar? Lilly, das ist jetzt nicht das, wofür ich es halte, oder? Bar! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, hab ich vielleicht einen Hunger. Papa, der wollte jetzt was zu essen holen, aber der kommt einfach nicht. Wo bleibt er denn bloß? Lilly, hast du auch so einen Hunger wie ich? Ja! Hey, Kinder, ratet mal, wer wieder da ist und Essen mitgebracht hat. Hey, Papa, da bist du hier endlich. Boah, ich kann's kaum noch abwarten, so einen Hunger hatte ich. Gut, dass du da bist. Na, das ist doch schön zu hören, dass sich das freut. Und was euch auch freuen wird, ist, dass ich euer Lieblingsessen mitgebracht habe. Schaut mal hier, Burger. Oh ja, cool, Burger, mein Lieblingsessen. Oh, danke, Papa. Ja, Burger. Na, das ist doch schön zu sehen, dass ihr euch so darüber freut. Kinder, ich muss jetzt allerdings nochmal eben das Auto in die Garage fahren. Das heißt, ich bin jetzt noch ein paar Minuten weg. Aber ihr könnt schon mal anfangen mit dem Essen. Guten Appetit. Oh ja, wie cool. Und gut, dass wir jetzt schon anfangen können zu essen. Dann werde ich jetzt direkt loslegen mit dem Essen. Dann kann ich jetzt direkt hier meinen Burger nehmen. Äh, äh, Moment Ähm, Lilly, sehe ich das richtig? Äh, ist dein Burger etwa schon weg? Du hast ja gar keinen Burger mehr Hast du den etwa schon aufgegessen? Das geht doch gar nicht so schnell Das kann doch gar nicht sein Doch Ich fasse es nicht Du hast wirklich als Baby den ganzen Burger gerade aufgegessen Und ich habe noch gar nichts geschafft, weil er so groß ist Boah, krass Naja, egal, das kann mir ja wurscht sein Dann kann ich jetzt weitermachen mit dem Essen Ey, Kinder, da bin ich wieder Ich habe jetzt gerade das Auto in die Garage gefahren Das heißt, ich bin jetzt wieder hier Hi, Papa Boah, Papa, du glaubst nicht, was gerade passiert ist Lilly, die hat den Burger einfach alleine aufgegessen Das ist doch voll krass, oder? Das hätte ich nie gedacht, dass du den gesamten Burger schaffst Na, das ist aber wirklich beachtlich In so einer kurzen Zeit den gesamten Burger zu essen Und wo wir gerade schon bei Lilly sind Die Lilly, die muss heute noch gewaschen werden Und da habe ich mir gedacht, dass du das übernehmen könntest, Marvin Das heißt, du könntest gleich immer noch oben gehen Und das Wasser in die Badewanne einlassen Oh, Papa, muss das sein? Ich wollte doch jetzt gerade eben den Burger essen Und da muss ich jetzt schon das mit Lilly machen Kann das nicht noch warten? Keine Widerrelle, Marvin Das muss jetzt gemacht werden Und den Burger, den kannst du auch noch danach essen Na gut, okay Dann gehe ich jetzt mal eben nach oben So, jetzt bin ich schon mal im Badezimmer Und hier ist ja auch schon die Badewanne Und hier ist auch schon der Knopf, um das Wasser einzulassen So, jetzt leuchtet das Wasser schon Dann kann ich wieder nach unten gehen Hey, Lilly, ich muss jetzt baden in der Badewanne Das heißt, wir können jetzt schon mal nach oben gehen Denn das Wasser, das sollte jetzt inzwischen in der Badewanne drin sein Okay So, und da sind wir auch schon Das heißt, so langsam könntest du auch schon reingehen Weil das Wasser gleich schon ganz oben sein sollte Okay Hm, mir fällt gerade auf, dass die Badewanne ein bisschen hoch für dich ist, oder? Denn du bist ja noch so klein Ich glaube, ich helfe dir mal besser, damit du da gut reinkommst Und hopp Uiuiui, Lilly, du bist aber ganz schön schwer geworden in letzter Zeit Das ist bestimmt der Burger gewesen Okay, jetzt bist du aber drin So, Lilly, du musst jetzt noch mal eben ein paar Minuten warten Weil ich muss jetzt noch eben Seife holen von unten Das heißt, ich bin jetzt gleich wieder da Bleib einfach kurz da, wo du bist Okay Abbauchschmerzen Oh, oh Ups So, Lilly, da bin ich wieder Und ich habe Seife dabei Das heißt, wir können jetzt gleich loslegen mit dem Baden Aber Moment, was ist denn das in der Badewanne? Lilly, das ist jetzt nicht das, wofür ich es halte, oder? Bar Ups Oh, Lilly, ich finde das gar nicht lustig Ich gehe jetzt erstmal und sagt Papa das Da kann der sich drum kümmern Also, ich kümmere mich da auf jeden Fall nicht drum Ich gucke jetzt Fernsehen oder so Hey Leute, das war es leider schon wieder mit dem Video Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken Wir sehen uns beim nächsten Video Tschüss Tschüss Highlights Highlights Vielen Dank.